Ja, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Immer noch der 23.09.2023. Ja, wieder einiges dabei. Nachsatire ist mir derzeit nicht hier vielleicht auch wirklich interessant. DNA tatsächlich in Impfstoffen nachgewiesen. Alles recherchieren, nachprüfen. Ich kann es immer nur so rausgeben, ohne natürlich auch 100% zu wissen, ob es stimmt oder ob das auch Fake News sind. Könnt ihr dann wieder gerne schauen. VK, Bitschut, Odyssee oder Rampel. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.